Bad Workout, Wasserflaschen-Squats, Weinglas-Shaker. Wegen der strengen Hygieneauflagen der australischen Behörden vor dem Start der Australian Open in Melbourne müssen die Spieler zwei Wochen im Quarantäne-Hotel verbringen. Nur wenige Stunden dürfen sie fürs Training nach draußen. Wenn sie sich nicht, wie unsere Tennis-Queen Angelique Kerber, auf einem Flug mit Corona-Fällen befunden haben, Kerber darf ihr Hotelzimmer zwei Wochen nicht verlassen und somit auch nicht auf dem Platz trainieren. So, manche von Kerbers Kolleginnen wird da schon sehr kreativ, so wie US-Star Alison Risk. Die Britin Heather Watson läuft 5000 Meter von der Tür zum Fenster und noch einige weitere Male wieder zurück. Arina Sabalenka aus Belarus ruft eine neue Corona-Challenge ins Leben. Und ihre Kolleginnen folgen prompt, so wie die Russin Anastasia Potapova, die sich sonst so nah und doch so fern vom Tennisplatz fühlt. Und die Männer? Die legen ihren Fokus aufs kulinarische. US-Star Francis Tiafaux verpflegt sich mit Süßigkeiten. Der Franzose Pierre-Hugues Herbert lässt sich von Landsmann Adrian Manarino versorgen. Und der Schweizer Stan Wawrinka genießt erstmal ein deftiges Dinner. Ja, wie schon die French Open und die US Open im letzten Jahr, werden die Australian Open auch in diesem Jahr komplett anders sein als zuvor. Ja, wie schon die